Hallo Leute, hier ist euer Sachsen, wir spielen weiter mit Fallout 4 und ja, ich weiß nicht, diese Rüstung geht mir ab, äh, ich könnte schon aktivieren, Fusion kehren, brauche ich. Machen wir, machen wir nicht. Einsteigen, komm. Einmal. Oh, nice. Kann ich mehr tragen oder was, muss ich schauen. Leute, ich kann mehr tragen, wenn ich diese Dinge... Okay. So, Karte, Radeon will ich nicht. Hm. So, und wo müssen wir diesmal? Hier. So, dann gehe ich hier. Ähm, warte mal. Waffen. Waffen. Favorit 2. Machen wir das, das ist ja. Ah, das haben wir, das habe ich auch. Ah, ne, ich sehe mich jetzt noch. Waffen. Wir schauen, sieben. Hä? 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 Ich habe keine. Für die Waffe oder was? Okay. 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 So, Leute, ich habe kurz abgebrochen. Äh, ich wollte kurz das machen. Genau. Warte. Ach nein. Hähne. Mmmh. Alles! Juhu! Die Malwurfen sind so scheiße. Zeig mir die Radioaktivitäten. Das ist scheiße. Was muss ich machen? Das weiß ich selber nicht. Ach, scheiß. Da habe ich. Nein, fast. Nein! Nach oben mal ein bisschen. Genau, haben wir. Juhu! Ähm. Warte, muss ich lesen. Was muss ich machen da? Bau eine aktive Reaktion. So, Leute. Ich baue mir ein Päckchen. Kommt gleich. So, Leute. Ich bin wieder da. Päckchen und ich habe zweimal was in den Geburt. Okay. Wir müssen was bauen. Gibt's was Tolles? Äh. Nein. Das will ich nicht. Äh. So. 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 Ein Reaktor. Also sowas. Warte. Warte ist das. So. Das glaube ich muss ich bauen. Aber ich bin mir nicht sicher. es scheint so so wie ich glaube das aber aber wo soll das anschließen juhu faul wie die altkonten kann ich so mother night so große leitung genau das und noch für strom ok zu kleinem pass auf und jetzt zurück wieso habe ich so viel bekommen habe schon ein bisschen erledigt oder was bringt es aktiviert ich habe schon ok zu mir also so schwer zu finden war nicht schwitten war nicht so ich habe den ort gesäubert an den du mich geschickt hast und ich habe einen funkleinstrahl platziert ich habe ich noch was anderes um dass du dich kümmern könntest eine gruppe kohle hat sich in der nähe einer bietung ok schaue ich mir an so das haben wir und was ich will jetzt machen ist das einfach weil der verkäufer nein das kein verkäufer ist wo ist der händler schlimmste ist die rennen wo unge so erst mal schauen wir mal was kann ich geben ok das nicht das nicht würde gebrauchen das brauche ich das brauche ich das brauche ich meine kann ich geben nein 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 kleidungs mäßiges nix achten oh lol gebe ich alles kakalaken bekk damit hallo Nein Ich suche nach Waffen Scheiße Bitter, bitter, bitter Sehr bitter gemacht Ich mache Waffen So Das verkaufe ich mir So eine Kleidung Next Heilmittel Nein Habe ich noch zwei Das ist auch nicht schlecht So Kakerlaken Redcaller Lasse ich Weil das ist Gib mir Komm Verkauf ich Das brauche ich Das brauche ich Das brauche ich Nicht Okay Komm Das auch Puh Und zu viel Okay Was haben wir Nein das nicht Schrott Lass ich Komm Hier Gehen wir Mal So Was Das Zu Bieten Weil Ich Schade Ich Sehen Nicht Was Ich Habe Dann Müsse ich Hier Machen Auf Munition Kurz Muni 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 Da ist Muni Okay Loll von dieser haben 500 Läuft von mir Hä Moment Ich muss hier Schaut schauen Dann brauche ich Waffe Waffe Ja Das ist die Patronen Okay 55 Okay Langsam habe ich echt viel Waffen Das könnte ich mir Wie kostet sie eine Für Amfkorken Naja klar Wieso habe mich das nicht gewundert Okay Das Habe ich gekauft 10 Ach für diese Waffe habe ich gar keine Ja Dann kann ich mir ein bisschen mehr rein machen Gib mir ein bisschen mehr 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 Immer mehr Ja genau So Nein ich will nicht aber ich will bestätigen Der Handel Also Jetzt haben wir Hier haben wir Okay So viel Hier haben wir so viel Hier haben wir Ziemlich viel Ja für die haben ich keine Ah das brauche ich Die Brennstoff Wahrscheinlich Okay Das ist so viel Irgendwie bei mir passt nicht irgendwas Weil Ich habe eine Waffe Ich Ich muss eine Waffe wahrscheinlich kaufen Oder habe ich die Schaut gut Waffe mäßig 44 Okay Ne Habe ich nicht Die Waffe Scheiße Da bist du Da bist du Ich suche nach Waffen So Den da Also ich suche Waffe Welche Toll das ist die Von den da habe ich gar nichts Mit Schaftschüsse Da muss ich die Upgraden Ich weiß denn was für Warte der macht 40 Schaden Der macht 40 Schaden Also das ist die andere Waffe Mit 38 Munition brauche ich Das wäre auch eine schlechte Idee Nein Ich nehme Warte Was ist besser Die Die oder die Waffe Besser Präzision Nicht so gute Präzision Gewicht Mehr Gewicht Mehr Von Schaden Gleich Schadenmäßigen Gleich Präzision Keine Gut Nämlich Die Einfach Juhu Kann ich ihm was geben Dafür Ich werde Nicht So Sorry Aber muss sein Weil Meine Muni Ist knapp Und diese Wäsche Ich habe Eine Waffe So viel Übertrieben Für Munition Das ist die Genau 18 Zähler Rektor Brandstoff 44 Schrotflinte Ah 45 Okay Ich will Für jede Waffe Eine Haben Dabei Das ist Auch Zähler Okay Ein Gewalt Das ist Oder Nicht Versich Doch Hier Da Habe Ich Schon Aber Nämlich Die Zack Zwei Zwei Die Haben Bim Pundermin Nein Nein Nicht Alles Nehmen Sonst Wird Das Viel Zu Viel Und Das Nämlich Alles H Bombe Korken Nämlich Leder Nein 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 So Viel Scheiß Dreck Das Abartig So Und Ab verlassen Und Wird Nur Waffen Es Schellen Also Power Okay Wird Rausgehen Genau Wahrscheinlich Deswegen Kann Ich Hörschen Genau So Automatischer Schuss So Machen Wir Schauen Oh 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 Der Hat Automatisch Schuss Ich Finde Das Nicht So Gut Weil Der Hat Nie So Gute Feuer Kraft Was Für Schrauben 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 Überall Schrauben Fehlen Gibt's 19 Ah Ja 15 13 22 Aber Dafür Andere Waffe Ich Will Nicht Die Munition Ändern Schrauben Ja Juhu Level Up Was ist Summer Wenn Mein Schaden Oder Reichweite Ich Glaube Reichweite Wird Aber Leider Kann Ich Nicht Weil Fehlt Mir Was Schrauben Schrauben Warte Mal Gummi Habe Ich Das Habe Ich Gewicht Große Magazin Ist Gut Schnelle Magazin Ja Reichweite aber man reichweise ist nicht so ok haben wir schon ok jetzt haben wir jetzt gehen wir weiter ich entdecke wo geht am schnellsten und dort hierhin ok ich konnte atmen naja mache ich das später baue ich einen Arzt na komm ja was ist das muss ich wahrscheinlich dann schau ich kurz ja genau da muss ich gehen ah hier ist noch was haben wir da theoretisch brauche nur schrauben ach du scheiße ach schloch getroffen ja 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 ich bringe dich gleich wie ich bringe dich um wie red kakerlake hast du ja nimm ich auch so hat also das danke gehen wir sprechen wir ich bin schon wieder die mutter begegnen und die war ziemlich einfach aber ja trotzdem ja ich bin ich bin gegangen ohne die rüstung nicht gut als geleckt hier ist tschuldigung ja klar wir werden wir werden sehen ja das nimmt gar kein ende muss damals eine menge mehr leute gegeben haben bevor die bomben runter kamen ok ich bin dran ist so gut wie erledigt ich bin froh dass wir sie endlich los sind gut also lol ich habe nicht gedacht so nah sind die so durch kurz die ja wieder berg hat er ist so Nein! Scheiße! Ah, toll. Muss ich noch mal warten. Ich habe Fehler gemacht. Shit. Meine Beine! Ich muss jetzt mich ja ein bisschen was dagegen machen. Oh ja. So. Untertitelung. BR 2018 Alter, wie viel gibt es hier? Ja, ja, ausgeschaltet. Du hast mir überhaupt nicht geholfen. Dann geh heim! Oh, schade. Was machst du da? Oh, mein Gott! Oh. Juhu! Wo sind wir? Eine andere Waffe. Warte mal. Uh, nackt! Nimm ich das auch? Geh weg, du fucking Roboter! Mein Gott! Jetzt kannst du sein weg. Ich will nur mal schauen, was gibt es hier? Oh, schön. Was? Was bringt mir das? Ah, egal. Ich glaube, ich... Ne, muss ich so machen. Ich weiß auch, ob ich mir das schrauben oder nicht. Bin ich sicher. Ich brauche theoretisch Schrauben. Juhu! Ich glaube, muss ich hier gehen? Das schloss sieht stabil aus. Verdammt! Ich habe gesagt, ich kann sie nicht mehr öffnen. Ne, wir machen so extra. Ja, ja, ja. Ich weiß, was war drin, aber jo, es ist schon noch scheißegal. So, gehen wir unten. Ich glaube, alles haben wir hier. Schon? Ne Terminal, okay. Ehhh. Juhu! Die Tür ist noch. So. Ah. Also Leute, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!